Jahushua erklärt, vernichtet in meiner Liebe, ich bin verliebt in dich, bist du verliebt in mich? Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God 19. August 2010 von Jahushua Hamashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während deiner Online-Versammlung, für einen Bruder in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Ein Bruder fragte während der Versammlung, er sagt, wir sollen loslassen, gebrochen sein und aufgeben, wie tun wir das, wie gehen wir das an? Jahushua antwortete, bis einer aufgibt, kann er keinen Erfolg haben, wenn jemand komplett besiegt ist, wird er die Fülle des Sieges erlangen, sagt der Herr. Mein Sohn, mit welcher Kraft ist Petrus über das Wasser gelaufen? Wie sollst du vernichtet sein? Bitte mich und ich werde es gewiss tun. Auf welche Art ist ein Mensch vernichtet in mir? Antworte, wenn du es weisst. Gib nach, mein Sohn, gib alles auf, hör auf, dich so sehr an das zu klammern, was vergehen muss. Ich bin genug. Was war es, das sich während meinem Leiden zurückhielt? Nennt es mir, wenn ihr könnt. Geliebte, o meine geliebten Söhne, ich habe alles aufgegeben. Aus welchem Grund habe ich die Zerstörung meines Fleisches zugelassen? Geliebte antwortet, ich wurde zerstört wegen meiner Liebe zu euch. Ich habe alles aufgegeben wegen meiner Liebe zu euch. Ich liebe euch. Und allein dadurch müsst auch ihr zerstört werden. Und aus diesem Grund allein müsst auch ihr alles aufgeben. Liebe, meine Liebe, Liebe, die Macht meiner Liebe, die Hingabe eures Herzens, die Verwirklichung eures innersten Wunsches, die volle Erkenntnis dessen, wer ich bin. Denn mein Herz ist ein verzehrendes Feuer, und wenn ihr voll und ganz an mir teilhabt, dann und nur dann werdet ihr geläutert sein. Seid vernichtet in meiner Liebe, weint, jammert, seid aufgelöst. Haltet nichts mehr zurück. Ich bin verliebt in euch. Seid ihr verliebt in mich? Bin ich eure einzig verzehrende Leidenschaft? Brennt das Herz in eurer Brust beim Erwähnen meines Namens? Füllen Tränen euer Gesicht, wenn ihr an meine Liebe denkt? Seid ihr unglücklich, wenn ihr von mir getrennt seid? Wisst ihr, wie ich mich fühle? Meine Söhne, habt ihr bedacht, wie ich mich fühle? Geliebte, ich bin unvollkommen, wenn meine Geliebten sich von mir entfernen. Mein Herz bricht, wenn meine Kinder mich vergessen. Mein Zorn ist entfacht und meine Eifersucht brennt wie ein tobendes Feuer, wenn meine Geliebten weggeführt werden. Versteht ihr nicht, wie sehr ich mich nach euch sehne? Ihr gehört mir, macht mich auch zu eurem. Bittet, denn ich bin er. Lasst los, gebt auf, ich bin genug, sagt der Herr. Gebt auf, ich bin genug, sagt der Herr. Vielen Dank.